Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Wir hätten heute eigentlich Kirvermontag gehabt in Breitenbrunn, einem unserer Ortsteile. Kirvermontag, das bedeutet in Breitenbrunn Frühschoppen. Das heißt Musik, Gesellschaft, gutes Essen, gutes Bier, einfach ein unbeschwertes Leben und definitiv viel Gelächter. Das fehlt uns momentan. Und trotzdem gibt es ganz viel, wofür wir Gott Danke sagen können. Nämlich mit dem Lied Nun danket alle Gott. Dieses Lied, das ist ein ganz starkes Bekenntnis zu unserem Gott. In dem Lied heißt es, dass die vielen guten Werke, die er an uns getan hat und tut, unzählbar sind. Das hat schon angefangen. Im Lied heißt es von Mutterleibe und Kindesbeinen an, also ganz am Anfang. Und es geht auch noch weiter, das hat er uns versprochen. Und diesem Gott, dem wollen wir Danke sagen, und zwar jetzt mit dem Lied. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, denn der der große Ding, der große Ding, der große Ding, der tut an uns und allen Händen, der uns von Mutterleibe und Kindesbeinen an, und sehr wie viel zum Not ist, ihr Herr hat getan. Gott. 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 Den neuen Gott, im höchsten Himmels-Tone, liebt den dreieinigen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. So wünschen wir euch alles Gute, seid gesegnet und bleibt behütet. Das wünschen euch eure Ann-Sophie und euer Martin, Pfarrer in Offenhausen.